Wir schmeißen den Mixer wieder an um 16 Minuten nach 6. Wir sind nämlich, schuldige doch mal was, Hochleistungsgericht, die Möhre bringt es doch nicht. Katharinas grünen Woche hier im RSA Frühstücksclub, alles unter dem Motto entgiften, entschlacken und frühlingsfit werden. Deshalb gibt es für Katharina in dieser Woche nur Obst und grüne Smoothies. Ja, ich brauche da auch gar kein Mitleid, ist wirklich lecker bisher. Gestern gab es Smoothies aus Feldsalat, Mango, Banane, Datteln und Mandeln. Und heute habe ich mitgebracht Romana-Salat, Petersilie, Mango, Banane, Datteln und Leinsamen, ist auch lecker. Genau, und das alle noch dunkelgrüner als gestern. Für alle, die nicht auf grüner Diät sind, haben wir jetzt aber eine leckere Frühstückssünde für Sie. Aus dem leckersten Bundesland der Welt, genauer gesagt aus Lübeck. Bei uns ist Gabriele Thiele, Erfinderin der Lübecker Marzilade. Eine Mischung aus Marmelade und Marzipan. Wie ist die Kombi zustande gekommen? Eigentlich war die ganze Marziladengeschichte ein klassischer Unfall in der Küche. Durch den Umzug musste ich meine Truhe leerräumen und habe eine Erdbeermarmelade gekocht mit meiner Tochter zusammen. Und von einem missglückten Pralineherstellungsversuch lag dann noch so viel Marzipan rum. Und das musste weg und so ist das zustande gekommen. Der Geschmack hat uns dann so überzeugt, dass wir das gerne kaufen wollten und stellten dann fest, das gibt's gar nicht. Aha, und das schmeckt dann auf Brot wie Nuss-Nougat-Creme? Ja, das ist vielseitig einsetzbar. Sie können das natürlich auf Brot essen, aber Sie können auch einen Pfannkuchen zum Beispiel mit Blaubeer. Das schmeckt ganz lecker, Pfannkuchen mit Blaubeermarzilade bestreichen, einmal aufrollen. Schmeckt ganz toll, also so ein Crepe. Man kann es auch in Torten, als Tortenfüllung verwenden oder als Eistopping. Also da gibt's viele Möglichkeiten. Und die Marzilade kommt gut an, haben Sie viel zu tun? Ja, im Moment können wir uns kaum retten. Also wir haben den Innovations- und Mutmacherpreis der Lübecker Nachrichten gewonnen. Wirtschaftsminister Mayer hat uns den Preis übergeben. Das ist ja eigentlich eine, naja, sagen wir mal, eine einfache Idee. Herr Mayer drückt ja das so aus, dass das häufig sind die einfachen Ideen, wo man sich hinterher fragt, warum hab ich das nicht selbst gemacht. Und dafür einen Preis zu bekommen, das fand ich schon ganz toll. Ja, hallo, herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg mit der zuckersüßen Versuchung auf dem Frühstückstisch. Vielen Dank, Gabriele Thiele. Wenn Sie auch mal probieren wollen, so ein bisschen Vorgeschmack genießen wollen, das gibt's auf lübecker-marzilade.de. Und ein Bild auch noch auf r.sh bei Facebook. Guten Appetit heute Morgen. Guten Appetit heute Morgen.